Musik 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 Schaklin, du hast ne Spinne mal! Nein! Das ist eine Spinne! Das finde ich gut, das sieht aus als würde ich in die Zukunft blicken durch meine Spinne Du siehst aus als würdest du durch die Zukunft blicken So So Ja Ja Schönes Wetter Auf jeden Fall, das Wetter ist schön Abonniert seinen Kanal Sein Kanal Ah Ah Mühle Apfelstrudel Grundstücks-Verkehrs-Genehmigungs-Zuständigkeits-Ubertragungs-Verordnung Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau Dfrom Guten Tag und willkommen beim Wetter Zu Gast habe ich heute Daniely Christen! Hallo, besten Guten Tag Sagen ihr etwas etwas zum heutigen Wetter. So wie es aussieht, ist es bewölkt, ab und zu regnet es ein bisschen, ab und zu erläutern Sie das bitte weiter? Ja. So wenn Sie wissen wollen, wie das Wetter heute ist, gehen Sie raus, machen Sie was Schönes draußen. Schauen Sie aus dem Fenster. Schauen Sie aus dem Fenster. Und ja. Wie man hört. Ein wahrer Profi, wenn es um Sachen Wetter geht. Man muss es fühlen. Fühlen. Oh, Baguette. Hm, Romantik. Und das war wieder das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Was ist das jetzt aus? Hallo. Ich kann nicht widerstehen. Nicht widerstehen. Oh. Was? Was? Ja. Hey. Oh. 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 Nasse Blätter sind nass. So nass. Nasse Blätter. Nasse Blätter. Nasse Blätter. Was machst du? Ich filme meine Blätter. Nasse Nasse Blätter. Einfach nur schwarz. Oder so eine Nahaufnahme von deinem Auge. Oder von meiner Lase. So etwa. Von meiner Lase. Ab jetzt. Mach's ab. Was habt ihr denn? Meine Blätter. Ja, 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 okay. Willst du nicht einer besprechen? Du kannst ihn nicht stören. Okay, wir machen hier ein... Cut! Video. Du machst alles falsch. Video. Ich lasse dich gleich noch mal neu, Freund. Okay. Okay, Kamera aus. Das reicht. Oh mein Gott ist nass. Ist Weihnacht jetzt hier. Ja. Sag was. Ei. Schnaps mit Soße. Schnaps mit Soße, meine Damen und Herren. Vorhin wollten die Leute Fotos von uns machen, weil wir so nett aussehen. Cool aussehen. Nett. Wir sind nette Leute. Ja. Blender Dent. Endlich normale Leute. Ja. Ja, ja, ja. Wuh. 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 Wir sind egal. Untertitelung des ZDF, 2020